Musik Moin liebe Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video Sollt ihr vielleicht mal auf Start klicken, dann würde es auch losfahren Also herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf meinem YouTube Channel Game Account Wenn ihr das wieder eingestellt habt hier an diesem schönen, ähm, ja, Tag Und ihr hört mich auch mal wieder, es ist Wahnsinn, es ist so das, ähm, ja, alljährliche, der alljährliche Prozess Sagen wir es mal, mit meinen, ja, Prüfungsphase und dieser sogar meiner Abschlussklasse Ich hab einfach gefühlt gar keine Zeit Und das denke ich zwar merkt man auch, weil ich bin irgendwie gefühlt nie da Und das ist mir auch bewusst und alles und ich mach weniger Videos und es tut mir leid Aber, jetzt hat es das erste Mal meine Prüfungsphase ein bisschen beruhigt Und ich werde heute auch im Zeitpunkt was aufnehmen, es ist Mittwoch, 18.10. Ich werde es abends beispielsweise auch im Stream machen, wo es ein bisschen, ähm, Minecraft-Zock geworden ist, ich bin sehr freu Und, ähm, ja, mit Super Mario Bros. Warner wird es auch bald losgehen Allerdings nicht zum Release Day am 20.10. sondern aller voraussetzten Aller Baby noch nicht ganz sehr, aber aller voraussetzten nach erst eine Woche später Weil ich da erst eine Möglichkeit haben werde, das zusammen mit ein paar Kumpels zu zocken Und das wird dann quasi auch das Let's Play aller voraussetzten nach werden Dass es daraus ein Together Let's Play quasi wird Also das wird sehr, sehr wild und cool werden Was es da vorhabt, das muss man mal schauen Und gut, das klappt, aber das sieht eigentlich nur das 100% fest Vielleicht macht es daraus doch ein eigenes Let's Play oder sagen wir mal Ob es das Game irgendwo aus dem Vorrelease bekommen kann Wer weiß, vielleicht existiert das ja auch heute schon Da müsste man aber halt tatsächlich so ein bisschen mal schauen Äh, wie das Ganze ist, also, ähm Da weiß jetzt noch nix Fakt ist nur, und das wird auch kein ewig langes Video Ich will einfach mal sagen, dass ich quasi mehr oder weniger als wieder zurück bin Äh, ja, mehr oder weniger, aber man muss halt mal schauen Das Sound hört sich hier da ein bisschen cool an I'm sorry for that Ähm, ja, also betonendlich denke ich mir eher auf weniger, dass ich jetzt zurück bin Weil ich will einfach sagen, es lebt noch Mein Klausurenphase ist fürs Erste vorbei Und ich werde, ähm, ja, jetzt wieder ein bisschen live stehen Ich muss mir etwas überlegen, dass das einigermaßen konstant haltet Jetzt wissen wir mal, ich will jede Woche großartig was machen Obst du das mal einigermaßen konstant, ne Und ich, äh, weiß eigentlich gar nicht, wieso es ist überhaupt großartig viel hier Ähm, ich kann einfach gleich mit der Screenscreen ein Ja, dann seht ihr mir so, ich glaub, das macht hier mehr Sinn für das Video Ja, also müssen wir jetzt schauen Also ich weiß jetzt noch nix, wohin die Reise in den nächsten Wochen tatsächlich geht Deshalb vor ein bisschen öfter mal wieder zu streamen Schauen wir mal, das live wird auch sinnvoll weitergehen Und dann mal schauen wir noch einen Blick damit Dass wir Anfang 24 die, ähm, Server für online abgestellt werden Für View und 3DS Habe ich da noch ein paar Sachen im Hinterkopf So ein letztes Mal im Iron Maker 1 Splatoon Online und vor allem 3DS Marker 7 Und der Gleis und Tom und der C-Live und so weiter Also da habe ich noch ein bisschen was im Petto Was da kommen wird Aber wie gesagt, die Side ist halt so ein Aspekt da einfach Das hat noch ein bisschen fehlt Aber eigentlich da sein sollte Äh, und da muss man einfach noch ein bisschen, ähm Ja, zauen Wie man das macht Wie ich das mache Und da weiter denke ich So eine Best gute Lösung irgendwie für finden Also ich will wirklich schauen Es ist zumindest ein paar Videos die Woche machen Aber bitte, ihr müsst einfach Verständnis haben Dass wenn mal überwiegend, dass mal einzelne Wochen leider nicht viel kommt Das hängt einfach damit zusammen Wie gesagt, das ist einfach Mit Prüfung allen Resten zu tun Hab die 13. Klasse ist verdammt schwer Es tut mir da verdammt schwer Und mit meinen guten Noten Und ich will eine sehr gute Noten erreichen Davon muss noch mehr tun Aber es ist wirklich Bleibt nahe, hast du keine Freiseiten Das ist nicht gelogen, ne Und ich probiere es dann die ganze Freiseite Die ich hab irgendwie was zu socken Und so seugs hier Aber deshalb haben wir es halt einfach kaum welche Zeit wieder welche Deswegen streame ich heute Abend auch mal Den anderen Den nehme ich mir jetzt einfach mal Dann halt mal schauen Wie das einfach noch wird So in den nächsten Tagen, Wochen Das Wurde mal einfach schauen, ne Wie es läuft Gut, in dem Sinne Ich bedanke mich fürs erste Mal Fürs Husehen hier von dem Video Und sage Macht's gut Bis zum nächsten Mal Vielleicht heute Abend sind wir im Stream Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal